3 Reihen, was? Und da 3 Reihen? Ne, hä? Doch, genau. Siomias, keine Countdowns bitte. Hat er ein Schild fallen lassen. So. Hallo. Huch, meine Wolle. So, super. Hab ich, wie er mich gefunden hat? Müsst ihr theoretisch? Keine Ahnung. Binterlich. So, mal gucken. Lass mich mal gucken, ob das mit dem Livestream jetzt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir haben zwei Zuschauer. Ich stehe natürlich noch gleich auf Glänzern, glaube ich. Es ist alles total provisorisch. Ich hab's nicht einfach angemacht, um Themenvorschläge einfach fürs Display zu kommen, wo man quatschen könnte. Hast du meine Eiskirsche gesehen, Never? Äh. Denke nicht. Es muh. Ich habe keine Countdowns. Das sieht, ja, das sieht ein bisschen seltsam aus. Das sieht noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Ich habe keine Countdowns. Ich habe keine contemporli und ich habe keineuce Liebe aufgeregt, aufgeregt, damit im W ey, es geht auch nicht! Ich habe keineENCE, dass ihr Anita und sie das hier lieben habt, Ich weiß nicht, das sieht irgendwie nicht so elegant aus. Füllen wir mal kurz. Gerade ganz schlecht. Habe erst angefangen und bin im LP. Obwohl, ich könnte es theoretisch auch. Ich könnte theoretisch auch einfach. Hier. Oh, das ist perfekt da. Ich weiß nicht, ob ich die TP hierher habe. Slash-R habe, glaube ich, keinen TP hierher. Hier eher. Never, ich kann dich sehen. Ich mich auch. Z-Home-Home-2. TP-Accept. Das ist... Das ist... Wow. Wow. Das ist Abusom. Was ist das denn für Stein? Achso, das ist kein Stein. Das ist einfach nur... Das sah gerade voll episch aus mit diesem Schwarz. Aber das ist gar kein Schwarz. Das ist einfach nur ein falscher Licht-Effekt. Nice. Okay. Ich gehe... Home-2. Slash... Home-2. Warp-Home... Slash... Home... Warum ist jetzt hier Home? Ich habe doch Home-2 gerade eingegeben. Ach nö. Da ist mein Dings nachher weg. Egal. Ich habe ja noch ein Dings. Ähm. Na egal. So. Der da kommt nachher auch online. Das wird sehr klasse. Ich gucke gleich nochmal in den Chat rein. Da steht aber noch nichts. Also alle, die zuschauen jetzt im... Ähm... Chat. Also alle, die jetzt mitmachen im... Bla bla bla. Wie nennt es sich? Im... Im... Im Twitch. Im Twitch. Genau. Im Twitch. Alle, die jetzt im Twitch sind. Wenn ihr Ideen habt zum Labern über... Was man so labern könnte, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich gucke ab und zu mal rein. Lese mir das durch. Und dann labern wir darüber. Weil sonst wüsste ich nicht, was ich in so ein Riesenbau-Projekt labern soll. Was können wir denn momentan labern? Hier wo ich wohne, also wo ich jetzt momentan wohne, hat es gerade Leute von einer Lawine verschüttet. Ja, zwei Leute. Das wäre es aber dann auch. Nee. Vollkommen gefühlskeits einfach nur. Ja, zwei Leute von einer Lawine. Pff. Ja. Ja. Ich kann sowas nicht gut. Nee, hä? Hä? Was habe ich nie gemacht? Habe ich hier gemacht? Achso. Sieht auch selten bescheiden aus. Okay. Und hier. winter ist noch bis ende februar ein paar des grauens der winter fängt das richtig an kommen wir mit ferienurlaub alpenski in alpen bin ich auch gerade das sieht schon ein bisschen besser aus du könntest vielleicht so machen wie lange ich allein schon für den bau der basen vorständige gerade ist katastrophal aber aber ich hoffe ja dass es dann am ende auch was gut aussieht also so ist es ja nicht ich hoffe ja schon dass das am ende dann auch was wird wo ich sage hey ich habe mal was gebaut wo ich ein bisschen stolz drauf sein kann habe ich ja glaube ich noch nie gemacht am dem der um das und e und und Das sieht immer noch sehr willkürlich aus. Wer hat ein Diasch, wer hat ich momentan nicht. Ach, wer hat mein Diasch, wer hat ich momentan nicht. Wer ändert nicht seine Aussage. Ähm, ich glaube ich. Weil ich hier noch da, dass, wer es hat, äh, und er fragt trotzdem nochmal. Hast du mein Diasch, wird gibt's ja. Ähm, so. Kann man gut schätzen. Ich sicher, das ist was für Experten. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Da wurde ich gerade von Vendetta angeschrieben, da sollte ich vielleicht mal rangehen. Rangehen vor allen Dingen, wenn ich von Vendetta angeschrieben werde. Ja, das ist noch sehr heuer. Bruder bin da. Okay, komm. TS. Ähm, klappt. Dann, äh, da ist es, äh, Katastrophe. Katastrophe. Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Connected. Ich geh einfach mal hier. Channel switched. Zu diesen komischen Typen. Hi. Du rauschst schon wieder, wie sie. Ja, warte, 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 ja, ja, ich weiß, warte kurz. Ich bin gerade erst, ich bin gerade erst völlig rausgekommen. Ich muss, ich muss dich erst mal, die Lautstärke anpassen. Wird dich besser. Das ist, glaube ich, der provisorischste Stream, den ich mein ganzes Leben hier gemacht habe. Äh, provisor aus der Letztplay, weil ich mein ganzes Leben hier gemacht habe. Ich tu hier, hab gerade zwischendrin noch den Stream angeschmissen, hab wieder ausgemacht. Das ist, oh, ne. Und, was ist bei dir so? Ja, ich bin schon wieder eingeladen. Am Samstag feiern. Das hört sich auch gut an. Naja, jetzt ist es nicht. So, und ich bin gerade auf, ähm, einem GS. Schauen, wo ich anfange. Ich bin gerade auf einem GS in der Eventwelt und habe, die, ähm, fange jetzt an, ähm, Paintball-Labs zu bauen. Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. So, jetzt muss ich natürlich erst mal hier, ähm, den Umriss basteln. Und dann muss ich gucken, wie viel das überhaupt ist. Er sagt ja, es ist ein 100x100 GS. Die Geist-ATS-Down. Ne, dein Inet. Äh, Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, Sechs, Sieben, Acht, Neun, Zehn, Elf, Zwölf, Dreizehn. Dreizehn ist natürlich eine unköpliche Zahl. Das ist ja ein 26, da bin ich 14, 15, so, dann so. Warum Kockschübe, ne, dann sollten Sie, ähm, das heißt, wir müssen, oh, das wird, das wird so, ewig dauern, boah, das ist vor allem so professionell gerade alles. Jetzt hat er, ach guck mal, das ist die Eiskirche, doch. Dann erhelle den Chat mit seinen Texten. Lalalalalalalala. So. User joined your channel. Da bist du ja wieder. Ja, es lag. Ja gut, es lag am Internet. Ähm. Zeug ich doch.